In Deutschland werden heute im Jahr mehr als 13 Milliarden PET-Flaschen hergestellt. Mit einem führenden Streckblasanlagenhersteller, der KAS Corpoplatz, hat die Advos Innovative Technologies ein neues Verfahren zur Erhöhung der Energieeffizienz zum Aufheizen von Preforms hergestellt. Aufgrund der physikalischen Materialeigenschaften, der PET, können mit der Niertechnologie erhebliche Energiereduktionen erreicht werden. Bei einer Maschinenleistung zum Beispiel von 40.000 Flaschen pro Stunde ergibt sich eine Energiereduktion von konventionell 140 bis 150 kW auf weniger als 80 kW mit der Niertechnologie, was einer jährlichen Stromeinsparung von 0,5 Millionen kWh und einer Stromersparnis von 30 bis 40.000 Euro entspricht. Überträgt man die Flaschenleistung auf die in Deutschland hergestellten Mengen, so ergibt sich eine Jahreseinsparungsmöglichkeit von über 50 Millionen kWh, was einem jährlichen Verbrauch von etwa 50.000 Bürgern entspricht. Überträgt man die Flaschenleistung auf die in Deutschland hergestellt. Überträgt man die Flaschenleistung auf die in Deutschland hergestellt. Jundel-Kirch Untertitelung des ZDF, 2020